Ereignis. Es war einmal ein Ereignis, das lebte in einem kleinen Dorf am Ende der Welt. Ab jetzt versuche ich mal weitestgehend auf Artikel zu verzichten. Das mag sich seltsam anhören, um nicht zu sagen dumm, ist aber für Kern von Geschichte vorteilhaft. Ereignis war sehr unglücklich, weil es weit und breit einziges Ereignis war. Von Sehnsucht getrieben, verließ es Dorf auf Suche nach ereignisreicherem Ort, wohl in Hoffnung, Artgenossen zu treffen. Ewig lief kleines Ereignis Straße entlang. Dann fand es statt.